Dann, der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, sollen wir weggehen und für 200 Dinare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie zu essen haben. Er sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollen sich in Gruppen ins grüne Gras setzen. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie an die Leuten austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, stärke unseren Glauben und vergebe uns die Schuld. Lob sei die Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Evangelium ist uns bekannt. Aber schauen wir etwas näher in diese Texte hinein. Dort ist nicht nur dieser sozial engagierte Christus zu sehen, der dort Brot gibt in jener Not, wo die Menschen hungrig sind. Nein, er lehrt sie. Er lehrt sie vor das, wo er gekommen ist. An einer anderen Stelle sagt er zu Martha, du kümmerst dich um viele Dinge, aber ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden. Was will er uns dort verkünden, liebe Brüder und Schwestern? Das ist die Frage, die entscheidende. Vielleicht sehen wir es im Bild dieser Könige, die dort unterwegs sind. Es war dunkel. Und dort sehen sie in der Dunkelheit einen Stern. Nur in der Dunkelheit kann man Sterne erkennen oder, wenn man wirklich ein entsprechendes Teleskop hat, um es heranzuholen. Nur so kann man einen Stern erkennen und diesen Stern, der ihnen letztendlich den Weg weist, lassen sie sich darauf ein. Sie gehen und brechen auf, begegnen sich dann untereinander und jeder berichtet dem anderen, wie wir es im Evangelium öfters hören, von den Großtaten, was sie gesehen haben. Sie verlieren den Stern und meinen dann, kundige Leute zu fragen, die ihnen sogar die Antwort geben können. Wie oft geben wir Theologen euch Gläubigen den Antwort und geben den Weg hin, aber selbst zur Grippe gehen wir nicht. Sie haben vielleicht noch von jenem Bild es in der Krippe gesehen, wie die Könige vor Herodes gestanden sind, in ihrer Autorität als Könige. Aber dort, wo sie jenen erkannt haben, der Meer ist, in dem der Stern stehen geblieben ist, dort beugen sie die Knie. Sie gehen in jene Ebene und Höhe, um dem Kind zum Ausdruck zu bringen, wir sind gekommen, um dich zu huldigen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist ein wunderbarer Moment der Weihnachtszeit, die verkündigt in unsere Zeit hinein und sie verließen, weil ihnen im Traum geoffenbart wurde, einen anderen Weg zu nehmen, kehrten sie in ihr Land zurück. Auch wir verlassen diese weihnachtliche Zeit und wir sollen in unseren Alltag zurückkehren, aber wir sollen in diesen Alltag zurückkehren mit jenem Dasein, dass wir Gott begegnet sind. Liebe Brüder und Schwestern, nur dort, wo wir Gott begegnen, dort werden wir auf einem anderen Weg zurückgehen in unser Land. Wenn wir denselben Weg zurückgehen, dann werden wir bei Herodes sein, der Macht ansehen und vieles in sich trägt. Die Zeit nach Christi Gebot ist interessant. Zeit, dass die ganze Zeitmessung gezählt wird nach dieser Geburt. Eine Zeitmessung, die nicht davor, sondern danach war. Lassen wir uns auch hier, liebe Brüder und Schwestern, ansprechen, dass Jesus auch uns heute sagt. Die Jünger sagen in aller Überlegtheit, was sollen wir tun? Auch wir haben uns das heute Abend gefragt, in einem Gremium die Vorbereitungen treffen, für die Pfarrgemeinderat Sitzung, wie soll das geschehen? Sie sind ratlos. Wir haben dort, schaut selber nach, was ihr habt. Soll dieses Wenige für so viele reichen? Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie bringen dieses Wenige. und er nahm es und schaute zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und es wurden so viele damit gespeist. Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht gerade das, dass wir aufbrechen müssen wie die Könige und dort den Blick auf Jesus nicht verlieren? tun wir es und er wird dieses Wunder vollziehen, dass viele von uns gespeist werden und alle aßen und wurden satt. Herr unser Gott, du hast auch Mitleid mit uns und du lehrst uns, deshalb kommen wir mit unserer Sorge und mit all unseren Fragen und Bitten zu dir, dass auch du deine Augen zum Himmel erhebst, dass alle satt werden. Wir beten für den Papst, Bischöf, für den Priester, dass sie die Menschen zur Heiligkeit führen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, welche die Wahrheit des Evangeliums den Menschen verkünden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die Gott suchen auf Wegen, die uns nicht vertraut und selbstverständlich sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die leidgeprüft sind und keinen Stern sehen, der sie leiten könnte. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Gemeinden. Mögen sie das milde Licht des göttlichen Kindes in die Welt tragen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, dafür sei der Preis und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gott, wie man o herr, die gaben aus deines Christen des Hand, wir die gesündigt haben, wein dir dies Liebe fand. Für Sünde hier auch ehren, Schöpfe der Welt, schimmst uns das Brot, die Frucht der Erde und der Menschen in den Arm. Wir bringen dieses Brot vor den Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Gebriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Von menschlichen Arbeit, wir bringen diesen Kelk vor dein Angesicht, damit es uns der Kelk des Heiles erde. Gebriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden magst du mich rein. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger, gütiger Gott, wir feiern an diesem Altar, das Werk, das Christus in seiner großen Liebe für uns getan hat. Nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir nach dem Beispiel des heiligen Severin feststehen in der Liebe zu dir und zu den Menschen. Darum bitten wir du Christus und sein Herrn Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste erhebet die Herzen wir haben sie beim Herr lasst uns danken dem Herrn unserem Gott das ist würdig und recht In Wahrheit ist es würdig und recht dir Herr heiliger Vater allmächtiger ewiger Gott immer und überall zu danken den Fleisch geworden ist das Wort und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt uns den unsichtbaren Gott erkennen um ihn uns aus die Liebe zu entflammen zu dem was kein Auge geschaut hat darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln mit den Drohnen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Ehres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit singt heilig 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 ist unser Herr und Gott singt mit den Engeln heilig bist du Gott sehbar und im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit ein gelohnt gelohnt gebriesen werden jetzt und in Ewigkeit jetzt und in Ewigkeit heilig du bist heilig große Gott und all deine Werke künden dein Lob den durch deinen Sohn unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich allmächtiger gütiger barmherziger Gott heilige diese gaben du deinen Geist damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes unseres Herrn Jesus Christus der uns aufgetragen hat dieses Geheimnis zu feiern den in der Nacht da er verraten wurde nahm er das Brot und sagte Dank brach es reichte es seinen Jüngern und sprach nehmt und esset alle davon das ist mein Leib der für euch hingegeben wird ebenso nahm er nach dem Malen Kelch dankte wiederum reichte ihn seinen Jüngern und sprach nehmt und trinket alle daraus das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes mein Blut das für euch und für alle verkossen wird zur vergebung 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 sünden du dies zu meinem gedächtnis geheimnis geheimnis des glaubens din ist vergebung herr heilige und reisen wir bis du kommst in herrlichkeit darum gütiger Vater feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes wir verkünden sein heiliges leiden seine glorreiche Auferstehung und himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfertag. Schau bütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stell dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Herr, mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Severin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Armherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch heilbringende Anordnung gemahnt und angeleitet durch göttliche Belehrung wagen wir zu beten. Vater, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist wahrhaft unser Friede. Er ist unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Amen. Das Sakrament des Leibes und Blutes, Jesus Christi, schenke uns ewiges Leben. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, Christus, das gebrochene Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde dieser Welt. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Geist unter meinen Lachen, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele so. Gebt ihr ihnen zu essen, so spricht Gott, unser Herr. Gebt ihr ihnen zu essen, so wird meine Seele so. Gebt ihr ihnen zu essen, so wird meine Seele so. Gebt ihr ihnen zu essen, so wird meine Seele so. Gebt ihr ihnen zu essen, so scannt es gut. Gebt ihr ihnen zu essen, schenke uns ihn. Gebt ihr ihnen zu essen, welche anatomy��igen Sie мне? Gebt ihr ihnen zu essen,魔 conduit die Sünde der Welt. Gebt ihr ihnen zu essen,oon firm haltet den body undablohen zu essen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke dir, du Himmelsbonde, dass du mich froh und frei gemacht hast. Ich danke dir, du Gültemund, dass du mich magst. Barmherziger Gott. Wir haben heute an dem Festtag des heiligen Severin das Brot des Lebens empfangen und für Ingrid Raffalseder für verstorbene Mutter und Kinder für verstorbene Mutter Maria Mühlbachler, Vater und Franz gebetet. Den du uns als Vorbild, den du uns als Vorbild echter Frömmigkeit gegeben hast. Und als selbstlosen Helfer hast du uns als selbstlosen Helfer hast du uns Severin geschenkt. Lass auch uns aus der Kraft der heiligen Speise in der Liebe zu dir wachsen und uns mühen im Dienst an deinem Volk. Darum bitten wir durch Christus, ich wünsche Ihnen ein gutes Nachkommen, eine gute Nacht. Möge Gottes Segen uns begleiten in all unseren Sorgen und wissen wir, dass wir dieses Kleine, was wir in uns haben, ihm geben können und er schaut auf und wird viele mit diesem Kleinen speisen, dass alle satt werden. Der Herr sei mit euch. Und deinem Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottes Gehärende. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Löten, sondern erlüse uns jederzeit von allen Gewaden. O du glorwürdige und gewählte Jungfrau, unsere Frau, unsere Mütterin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehle uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn, manieren, Kinder, lieb uns an.